Das Magazin für Comedy, Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung. Die Deutsche Bahn hat ihre Verspätungsgründe überarbeitet. Und wir machen den Newstalk. Hat ja zum Beispiel der Lockdown geholfen? Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Lüge. Das ist eine ganz normale Infektionskurve. Beschäftigen Sie sich damit, ich bin Mediziner. Was genau machen Sie? Ich bin seit Jahrzehnten im Massagebereich tätig. Ich bin seit Jahrzehnten. Ich bin seit Jahrzehnten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das hoffe ich auch, denn die Twitter-Nutzerin Mutti vs. Faschos fragte vor kurzem über Twitter Das Grauen beginnt. Ich wurde gerade in die Kindergarten-WhatsApp-Gruppe eingeladen. Wie verhält man sich da? Totstellen? Diverse andere Twitter-Nutzer haben sich gute Ratschläge ausgedacht, die wir euch nun nicht vorenthalten möchten Auf jeden Fall schon mal die Benachrichtigungen stumm stellen Beitreten und fragen Äh, guten Abend, kurze Frage Gibt's zum Mittag auch mal McDonalds? Und am Stummschalten Frag mal nach der allgemeinen Meinung zur Influenza-Impfung für Kinder in diesem Jahr Dann hast du direkt die komplette Kategorisierung der Elternschaft abgebildet Aber an Stummschalten denken Vor der nächsten Sitzung zum Vorglühen einladen Einfach mal unvermittelt fragen Wann denn der Ausflug am nächsten Tag losgeht Schick Bilder von deinem singenden Bauchnabel Na, dann wirst du schnell wieder entfernt Mitlesen, Alkohol trinken Schweigen, noch mehr Alkohol trinken Schick jeden Tag 20 lustige Katzenvideos 20 Spiele links Und 12 Tageshoroskope Na, schau mal an, wie schnell du da wieder draußen bist Ein paar wichtige Fragen stellen Wie zum Beispiel Wann habt ihr angefangen, das kleine 1x1 zu üben? Ähm, wir überlegen, ein Haustier für Tore anzuschaffen Kennt jemand einen guten Züchter für Schlangen? Oder freue mich auf unser erstes Treffen Bringe das Mett und Zwiebeln mit Bringt jemand Brötchen mit? Erste Nachricht, die du schreiben solltest Alles Gute zum Geburtstag, Simone Naja, der Rest entwickelt sich ja dann Wahlweise auch sowas wie Habt ihr das von Ralf gehört? Was sagt ihr dazu? Naja, gar kein WhatsApp haben Bei Rückfragen, ob man unter einem Stein lebt Alle Messenger aufzählen, die man stattdessen hat Hat dann zur Folge, dass der Sportverein nur die wichtigsten Infos bei SMS schickt Und dann Ruhe ist Und zwischendurch immer mal Dinge fragen wie Sagt mal, wie viel Cola bekommen eure Kinder abends? Oder FSK ist nur eine Empfehlung? Oder Oder braucht jemand Hühnerherzen für seine Katze? Wir haben wieder ein paar übrig Ich würde beim nächsten Kindergartenfest fragen Ob zu den Keksen auch ein paar mit Erwachsenenfüllung dürfen Die Rückfragen kommen sicher Oder einfach mal darauf verweisen, dass man aus Datenschutz und DSGVO auf Datenspeicherung sensitiver Daten auf amerikanischen Servern verzichten will Fragen, ob die anderen Kinder Butter und das Nutella bekommen oder nicht Oder eine Unterschriftensammlung für ein Halteverbot vor dem Kindergarten edizieren Wir halten fest, wir versuchen alles, um solche WhatsApp-Gruppen drum herum zu kommen War doch ein paar Gutes auch dabei, ja Ja, also wenn die Einladung kommt, dann werde ich mich zurückerinnern Und werde das alles mal ausprobieren in der Reihenfolge Ja, ganz genau, ja Und werde ich noch was, nachdem ich mich vermerdi in der Bre�ung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, stimme zu, ich hasse Fußball. Kenn ich nicht, also stimme ich nicht zu. Grüne Gummibärchen sollen staatlich subventioniert werden. Oh ja, ich liebe die grünen Gummibärchen. Da muss ich an der Stelle mal erzählen, die Partei Die Grüne, die hat mal auf irgendeiner Veranstaltung, ich glaube Hessentag war das, grüne Riesengummibärchen verteilt, die so lecker nach Waldmeister geschmeckt haben. Da habe ich mich mehr wie nur einmal informiert. Die waren echt gut. Bleiben wir bei Grün, kennst du Fassbrause, das ist ja mehr so ein Ostding. So ein Limonade, ja. Gibt es jetzt hier im deutschen Piep Südwest auch zu kaufen. Ja. Da gibt es auch Heidelbeer und Waldmeister, richtig leckeres Zeug. Also ich hatte das mir in Berlin mal gekauft, weil ich wusste, das kriegst du nur im Osten vor einer Weile. Entschuldigung an alle Ossis, aber jetzt kriegst du das auch im Westen ziemlich gut. Also ich sage mal so, es kommt aus Eilenburg, ich nenne jetzt keine Marke. Ah ja. Nächste These. Mit der, glaube ich, du, ja, nee, oder? Wie auch immer, ich mache sie jetzt einfach mal. Deutschland soll die nächste Corona-Welle auslassen. Ja, da haben wir genug davon. Ja, also langsam haben wir genug. Man muss ja nicht jeden Trend mitmachen. Ja, aber die nächste wird kommen, da bin ich mir sicher. Braunkohle ist ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Frühstücks. Sicherlich. Also ich hatte ja auch gerade Braunkohle. Wir müssen doch Kohleabbau machen und indem ich sie esse, baue ich sie ab. Ja, dann darfst du aber hinterher nicht CO2 in die Luft pupen. Oha, ja, das brauche ich, das ist ja politisch wieder unheimlich schwierig. Warte mal, hier kann man auch zurückgehen, stimme nicht zu. So, ich habe es geändert. Die elternunabhängige Grundmietpreisbremsbefreiung soll nur an Familien mit mindestens einem Kindeskind im Hochschulalter ausgezahlt werden. Äh. Äh. Grundmietpreisbremsbefreiung. Das muss man dreimal durchlesen, um das zu verstehen. Grundmietpreisbremsbefreiung, das ist jetzt mein neues Passwort. Das ist gut, da kommt niemand drauf. Stimme zu. Ich, äh, neutral. Äh, Gendersprache muss für alle verpflichtend werden, die es nervt. Für den Rest soll sie verboten werden. Oh, schwieriges Thema. Ja, sehr. Vor allem, es haben ja, sie haben ja gesagt, die es nervt. Sie müssten eigentlich sagen, der, die, das es nervt. Ja, also neutral. Äh, also. Wenn man schon so. Alles wird gut, ist die nächste These. Da stimme ich zu. Ja, vor allem, weil ich das Lied von Kapelle Petra mag. Alles wird gut. Das ist ein schönes Lied. So. Das nächste ist doch super. In Deutschland soll Currywurst und Gulasch gratis sein. Absolut. Eindeutig. Eindeutig. Nicht für die Fulda. Nee, also die Fulda, nee. Außer die Leute, die in Fulda wohnen. Ja, also die Fulda, also nee. Das ist ja. Es gibt schönere Flüsse in Deutschland, wie zum Beispiel die Lahn, die Mose, den Rhein. Es gibt viel schönere Flüsse als die Fulda. Vor allem nicht in Ost. Ja, oder die A, die jetzt ja ganz besonders für sich publik gemacht haben. War ich jetzt wieder dran? Ich glaube ja, du bist dran. Ja, ne? Frauen sollen keine kleinen Stofftiere mehr an ihren Rucksäcken anbringen dürfen. Ja, lass doch die Frauen in Ruhe, stimme ich nicht zu. Wieso denn die Frauen? Kann doch jeder dran. Mit neutral meine ich stimme zu, mit stimme zu nicht, stimme nicht zu und mit stimme nicht zu meine ich neutral. Das stimme ich. Dem stimme ich eindeutig zu, also ja. Ja, wo muss ich denn jetzt draufklicken? Egal. Ene, mähne, muh und raus bist du. So, stimme zu, habe ich geklickt. Alle Bürger kriegen Kosten. Hey, ich bin dran. Entschuldigung, ja, du bist dran. Alle Bürger kriegen kostenlos jedes Jahr einen lustigen Fels-Schlüsselanhänger von der Bundesregierung. Nee. Dann wird mein Schlüsselbund noch dicker. Ja, und das ist auch nicht gerade umweltfreundlich. Mein Kfz-Schrauber, der fragt schon immer, wie den dicken Schlüsselbund steckst du da in ein Schlüsselloch? Ja. Ja, und dann sag ich, nö, der liegt daneben, das ist mit Funk. Asyl sollte mit Ü statt mit Y geschrieben werden. Tja. Nee, also. Das kommt jetzt drauf an, welches Bundesland die einfache Sprache unterstützt in der Schule. Da würde ich jetzt noch, das würde ich jetzt eingrenzen. In Sachsen könnte man da, üh, ja. Ja, machen wir neutral. Wer das liest, ist doof. Matze ist doof. Stimme nicht zu, wir sind nicht doof. Ich stimme zu. Wir brauchen mehr Videoüberwachung in öffentlichen Umkleidebienen und Toiletten. Umkleidebienen? Umkleidebienen, ja. In Umkleidekabinen nehmen wir lieber. Ja, brauchen wir da mehr Videoüberwachung? Nein. Also das möchte ich nicht sehen, nein. Nein. Bei manchen will man da wirklich nichts sehen. So pervers sind wir nicht. Nee. Bei der Terrorismusbekämpfung sollen Meerschweinchen im Inland eingesetzt werden. Oh, die schmecken sehr hervorragend mit Reis, wurde mir mal empfohlen. Ja, Gregor hat auch lange ein Mauspad gehabt, das liegt noch irgendwo bei ihm in der Ecke, wo das aus Peru kommt, wo dann drauf steht Peru Chef mit einem kleinen Meerschweinchen, das eine Kochmütze trägt. Sehr süß. Was du noch alles weißt, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber ich könnte sagen. Weil ich das jahrelang auf dem Gästeplatz hatte in Dauenheim. Ah, im alten Studio früher. Ja, meine Schwester, die war mal ein Jahr lang in Peru und hat mir da immer wieder mal Fotos geschickt von Meerschweinchen mit Tomatensauce und Reis. Das sah immer sehr appetitlich aus. Und ich fand das immer lustig und dann hat sie mir offen, ja doch, irgendwas war da. Ja, ja, jetzt kommen so langsam die Erinnerungen wieder. Ja, aber sollen die jetzt auch im Inland eingesetzt werden? Ah, jetzt muss ich gerade fragen, was haben wir mit Terrorismusbekämpfung? Ich sag mal, stimme nicht, weil die Meerschweinchen, die könnten wir ja dann auch lieber essen. Also, ja, vor allem, die haben auch keine Schulung dafür, deswegen stimme ich da auch nicht zu. Und müssen ja auch eine Prüfung ablegen. Bist du dran oder bin ich? Na, das warst jetzt du. Der FC Bayern München soll die Saison künftig immer mit minus 30 Punkten starten, damit die Bundesliga mal wieder spannend wird. Also, uns ist Fußball ja reichlich scheißegal, aber das ist eindeutig ein Ja von mir, weil der FC Arroganz, ja, Entschuldigung, ganz alle Bayern. Ja, es ist ja auch langweilig, dass die immer vorne sind. Die müssen mal gebremst werden. Ich habe auch auf Stimme zugeklickt. Gut. So, die nächste These. Heißt einfach nur, danke Merkel. Stimme ich zu? Ja, aber sowas von. Wenn ich jetzt nein sage, dann werde ich gleich ins rechte Spektrum gesteckt. Also, ich sage mal neutral. Ja, das stimmt, aber ich finde mittlerweile, also, sie hat das gar nicht schlecht gemacht. Sie hatte so viele Krisen in letzter Zeit. Ich bin zwar nicht damit einverstanden, dass immer nur die CDU am Regieren ist. Aber ich finde, so schlecht hat Merkel jetzt die Krise nicht. Ich bin jetzt eigentlich froh, dass diese arme Frau mal tatsächlich so eine Art Privatleben jetzt hat. Sie musste die ganze Zeit immer so ernst gucken und konnte nie so sein, wie sie als Mensch sein wollte. Ja, und jetzt kann sie endlich als Privatfrau sein. Das gönne ich ihr dann doch. Das gönne ich ihr auch sehr und wie ich schon sagte, ich finde, sie hat die Krisen wirklich gut gemeistert, die sie zu tun hatten. Da hat man manchmal gar nicht gemerkt, dass sie in der CDU ist. Wir kommen beim Polit-Talk im Quatschbrötchen. Ja, absolut. Deutschland soll sich nur noch an internationalen Militäreinsätzen beteiligen, wenn man auch gewinnt. Also historisch gesehen kann Deutschland nicht gewinnen. Stimme nicht zu. Stimme nicht zu. Historisch gesehen ist das keine gute Sache. Ja. Du bist. Ich finde es doof, dass man dieser Aussage nicht zustimmen kann. Stimmt, das sind nur zwei Antwortmöglichkeiten. Hä? Nämlich neutral und stimme nicht zu. Die nächste Sache. Alle Erwerbstätigen sind selbst schuld. Habe ich aus Versehen eine übersprungen? Ja, kommt. Ja. Entschuldigung. Dann hast du jetzt halt wieder was gelesen. Ja, also alle Erwerbstätigen sind selbst schuld. Stimme zu, neutral oder stimme nicht zu. Stimme nicht zu. Nö. So. Ah, jetzt kommt das, was du gerade sagtest. Mein Skript hatte einen Fehler. Jetzt hat sich das wieder... Also jetzt kommt die Aussage... Also ich finde es doof, dass man dieser Aussage nicht zustimmen kann. Und das sind zwei Antwortmöglichkeiten. Neutral und stimme nicht zu. Ich stimme... Ja, ich finde das gut. Stimme ich nicht zu. Ja, ich neutral. Es soll möglich sein, gleichzeitig die bayerische und die deutsche Staatsbürgerschaft zu besitzen. Ja mei, was denn sonst? Stimme zu. Raus mit den Bayern, stimme ich nicht zu. Ja mei, ich mag Bayern. Da mach ich mir gleich ein bayerisches Eisbier auf. So, was haben wir denn da noch? Die nächste These? In Notsituationen soll man auch Strich-vor-Punkt-Richtung... Äh, nochmal. In Notsituationen soll man auch Strich-vor-Punkt-Rechnung erlauben. Ah ja, gut, ich sag mal, wenn es zu einem produktiven Ergebnis führt, ich sage ja. Im Namen der Mathematik sollte... Genau, Mathematik sollte weniger logisch und mehr eigene Meinung sein. Ja, na gut, ich mach mal neutral. Nach Vollendung des 67. Lebensjahres erhält jeder Bürger ein Säugetier mit der Familie der Hirsche. Rentner mit 77... Aus der Familie der Hirsche. Ach, Rentier mit 77... Oh Gott, ist das... Ja, warum nicht? Wildfleisch schmeckt total lecker. Ich war jetzt an der Mosel im Urlaub und habe ein fantastisches Hirschsteak gegessen. Ich finde, jeder sollte das mal probieren. Oh! Jetzt wird's plötzlich... Jetzt haben wir durchgespielt. Das waren sie ja schon. Ja, ich hab das auch mal zugestimmt, falls es irgendjemand interessiert. Ja. Äh, so. Meine Lösung ist linksgrün versifft. Und das hab ich auch. Ach. Soll ich das mal grad vorlesen? Ja, machen wir. Was hier steht unten drunter? Ja, jetzt lese mal vor. Also hier steht unten drunter im Text Enteignungsfantasien, Klimadiktatur, Gleichmacherei, das ist genau ihr Ding. Sie langhaarige Revoluzzerin mit den schönen Augen. Oh je, jetzt haben wir uns ein bisschen in sie verliebt. Schluss. Es geht hier um Politik, nicht um Gefühle. Typen wie sie machen ihr Kreuz am besten bei linken, grünen oder den marxistisch-leninistischen, trotzkistischen, trotzkistischen Maoisten Deutschland, M-L-T-M-D. Ja. Ja. Und ein Bild von Stalin ist ja außerdem. Ja. Damit wissen wir, das Quatschbrötchen ist links zu und versifft. Das war der Postelomat, den kann man nachspielen bei derpostelion.com. Es ist ja doch ganz lustig. Ich hoffe, wir haben heute kein weiteres politisches Thema mehr, weil ich kann das jetzt nach der Bundestagswahl nicht mehr hören, dieses ganze Politik-Krembel. Dann macht ihr mal keine Sorgen, dann hören wir jetzt lieber ein bisschen Musik und zwar den Titel Bluebird von Bumi Golzen. Blumenberg in the sky Tell me what went wrong Did your wings Turn back on you You rode through open skies Intent on getting home But now you find that skies aren't so blue Oh You were taking for a ride We're going to go right in In open blue, blue skies My birdie went on vacation My birdie was having a celebration We're going to go right in Right to the sunset We're going to go flying Right through the sky Won't we take a look back Won't we see the sun rise We're going on We're going on the wrong way Growing strong And on And on Bloomberg on the ground Your wings have let you down And your friends Abandoned you The sun is grey and gone But you will carry on Remember when skies were so blue Oh You're waiting for a ride Oh You're waiting for a ride In open blue, blue skies My birdie wants a vacation My birdie would like a celebration We're going to go right in Right to the sunset We're going to go flying Right through the sky Won't take a look back Won't see the sun rise We're going on We're going on the wrong way Growing strong And on And on Stellen Sie sich mal vor Anschnallgurte im Auto Wären erst 2021 eingeführt worden 90% aller Menschen Überleben den Autounfall Ihr ängstlichen Schlafschafe Anschnallgurte helfen nicht einmal Bei schweren Unfällen Die Gurte sind nicht stabil genug Um einen Aufprall bei mehr als 50 kmh auszugleichen Und nächstes Jahr werden wir gezwungen Helme zu tragen Die Gurte sind dasselbe wie eine Zwangsjacke Merkt hier eigentlich noch jemand, was hier gerade passiert? Wenn Gott gewollt hätte, dass wir Sitzgurte benutzen Hätte er uns mit welchen geboren Ich bekomme Atemnöld wegen den Gurten Das Magazin für Comedy, Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung! Und das ist der einzige deutsche Laber-Podcast mit Musikunterbrechung, so habe ich es vorhin betitelt. Hier ist das Quatschbrötchen und das Magazin für Comedy, Satire, Spaß, Quatsch und beste Unterhaltung heute zum 84. Mal. Mir gegenüber der Matthias Kreuzberger Und du bist der Gregor Börner Matthias, was machen wir denn gleich? Wir haben noch ein paar Verspätungsgründe, also die Deutsche Bahn hat Verspätungsgründe überarbeitet Und dann haben wir noch ein Newstalk. Jetzt haben sich vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer gefragt, warum die Postillionennachrichten an dieser Stelle gar nicht kamen. Ja, stimmt. Ja, haben wir irgendwie, machen wir als Aftershow-Podcast. Wenn ihr unsere Sendung im Radio hört, dann hört ihr heute keine Postillionennachrichten. Dafür verweisen wir euch aber an den Podcast auf Quatschbrötchen.de Der ist dann mit Postillionennachrichten. Also an der Stelle mal der Hinweis, wer uns regelmäßig im Radio hört, man kann uns auch als Podcast abonnieren. Quatschbrötchen.de Fast überall da, wo es Podcasts gibt, findet ihr uns auch. Dann verpasst ihr keine Sendung und habt auch manchmal noch so ein paar Extras, so ein bisschen Bonus, was wir sonst noch machen. Also der Quatschbrötchen-Podcast an der Stelle eine große Empfehlung an der Stelle. Also Quatschbrötchen.de Außerdem findet ihr auf unserer Internetseite immer neben dem Podcast noch eine ganze Playlist mit der Musik, die wir gespielt haben. Die könnt ihr euch nämlich herunterladen, weitergeben, machen damit, was ihr wollt, mehr oder weniger. Ist nämlich freie Musik. Und da ist auch ganz viel Musik dabei, die ihr garantiert noch nicht kennt. Und einen Titel, den stellen wir euch hier immer ein bisschen genauer vor. Und den Musiktipp, den hat der Matthias. Man Bites Dog, also übersetzt Mann beißt Hund, sind eine Indie-Rockband aus Moskau. Und sie spielen seit 2004. Über die Jahre haben sie unabhängig eigene Musik veröffentlicht und viele Gigs gespielt, sowie Auftritte auf einigen großen Musikfestivals gehabt. Das Lineup war veränderlich. Aber seit 2010 haben sich Man Bites Dog als vierköpfige Band auf frischen, modernen Sound festgelegt. Der Respekt an 80er und 90er American Indie-Underground zollt, durch den sie inspiriert wurden. 2011 haben Man Bites Dog ihre EP Safe & Sound, aus der auch dieser Titel stammt, sowie eine Single Whispers in My Mind veröffentlicht. Wir hören nun Man Bites Dog mit College Rock How to Hold the Guitar Right. We'll be right back. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kommen wir noch zu zwei Erfahrungsberichten mit den neuen Ansagen der Deutschen Bahn. Gregor zitiert nun einen seiner Facebook-Freunde, der über seine Erfahrungen geschrieben hat. Der schrieb folgendes eben im ICE über Lautsprecher, guten Tag meine Damen und äh, denkt nach, guten Tag liebe Gäste. Hintergrund, die Deutsche Bahn hat neue Gender-Vorschriften erlassen. Dann aber auf Englisch, good afternoon ladies and gentlemen. Ich schmeiß mich fort, die Revolution frisst ihre Kinder. Der zweite Erfahrungsbericht kommt dann von Gregor. Er fuhr nämlich neulich in die ICE und hatte den Eindruck, die Ansagen fähren von keinem geringeren als Bernd das Brot gesprochen. Morgen, meine Damen und Herren, willkommen an Bord im ICE, der Deutschen Bahn auf dem Weg nach Kiel-Hauptbahnhof. Wir wünschen eine angenehme Reise. Unser nächster Fahrplan, wie Sie gehalten, ist Boddenhof-Bahnhof. Wir wünschen uns, was wir sehen uns, was wir sehen uns, was wir sehen. Wir sehen uns, was wir sehen uns, was wir sehen. Hotshot war das von Scott Ohms Musik. Kommen wir nun zu unserem Newstalk, in der wir abwechselnd Nachrichtenmeldungen vorlesen und diese anschließend kommentieren. Matthias, das wird ja wieder schräg, habe ich den Eindruck, oder? Das ist ja völlig normal, oder? Ja. Also schräg ist normal. Gut, dann fangen wir mal direkt an. Wobei wir heute sagen müssen, dass wir heute zwei Meldungen haben, die die Überschrift Kackvögel gebrauchen könnten. Fangen wir an mit einer der Meldungen. Die AfD ist im Wahlkampf offensichtlich auf einen fingierten Verteilservice für Wahlkampfmaterial hereingefallen. Eine Firma hatte einen Auftrag für die Verteilung von mehr als einer Million Flyer mit Wahlwerbung angenommen und erst kurzfristig bekannt gegeben, ihn nicht ausführen zu können. So berichten es die Parteichefs der AfD. Einige Wochen vor der Bundestagswahl bot ein sogenannter Flyerservice Hahn der AfD ihre Dienste an und versprach, die Flyer der AfD zur Bundestagswahl zu einem akzeptablen Preis in die Haushalte zu verteilen. Mehrere Aufträge über insgesamt mehr als eine Million Flyer wurden erteilt. Es hat sich herausgestellt, dass der Flyerservice nicht existiert und offenbar hinter der Aktion die selbsternannten Künstler des Zentrums für politische Schönheit stehen, teilte die Partei mit. Die Flyer sollten offensichtlich nie verteilt werden. Am Dienstag vor der Bundestagswahl wurden die betreffenden Kreisverbände und Bundestagskandidaten der AfD dann darüber informiert. Man könne die Flyer aus organisatorischen Gründen nicht verteilen. Man könnte die Flyer am Samstag vor der Wahl zurückbekommen, hieß es in der Pressemitteilung. Die Webseite des Unternehmens ist weiter online. Die dort angegebene Telefonnummer funktioniert nicht. Bei genauerem Hinsehen sieht man dann auch, die Firma hat auch eigentlich gar keine Steuernummer. Es gibt aber, die ist in manchen so Branchendiensten gelistet und so. Ja, das Zentrum für politische Schönheit. Die sind schon mal in Erscheinung getreten, indem sie das Nachbargrundstift von dem thüringischen AfD-Chef Björn Höcke gekauft haben und da einen Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals aufgestellt haben. Ja, ich finde, das ist eine sehr gelungene Aktion. Ja, das ging auch ziemlich viral, gerade Twitter und so, unheimliche, viele Solidaritätsbekundungen. Ja, hier kann man jetzt mal sagen, gut, dass es Kunstfreiheit gibt, weil das ist eine Kunstaktion und fällt unter die Kunstfreiheit und von daher kann man da nur den Hut eigentlich ziehen. Zumindest wenn man das als Kunst sieht, ja. Wenn man das politisch sieht, ist das jetzt wahrscheinlich möglicherweise wieder was anderes, aber wenn man das als Kunstaktion so sieht, so wie es von den Machern auch geplant war, ja, gefällt es mir. Wenn man jetzt mal bedenkt, die Meldung ist schon ein paar Tage alt, mittlerweile haben die Organisatoren des Flyerservice Hahn noch ein bisschen erzählt, dass die AfD auch gleich darauf eingegangen ist, auch, ja, können wir das nicht vielleicht auch ohne Rechnung machen, so mit Schwarzgeld und so, was ich sehr interessant finde. Dass es natürlich auch gleich in die Öffentlichkeit ging, ja, das finde ich gut, ja. Das finde ich total super, also, ne, sich hier über die CDU so korrupt beschweren, aber selber kein Deut besser sein, aber wirklich kein Deut besser. Vor allem, die haben ja auch massig Wahlkampffspendungen bekommen und die aber dann schön in die Tasche stecken, also mutmaßlich. Noch ein kleiner Nachtrag, die AfD hat sich auch nach der Wahl beschwert, dass die Querdenker wohl überwiegend nicht die AfD gewählt haben, was der AfD ziemlich gegen den Strich ging, wo ich mir auch so dachte, ja, okay, das sind also eure, das ist eure Zielgruppe und nicht mal die habt ihr gekriegt. Das ist, ja, wer hat hier wen sabotiert? Was soll man sagen? Tja. Matthias, kommen wir zur nächsten Meldung. Nein. Nein? Nein, nein, stopp, du hattest doch noch, jetzt kommt ja eigentlich das Witzigste, du hattest doch noch, die haben noch was gepostet mit dem Schwimmbad in Flyern. Achso, ja. Da war doch noch was, erzähl mal davon. Die haben auf, auf Facebook findet man dieses Zentrum für politische Schönheit und die haben zum Beispiel schon zum Tag der offenen Tür eingeladen, um mal in den Müllcontainer zu springen. Das ist wirklich das Beste. Und in diesen Flyern zu baden, ja, das ist großartig, mittlerweile kann man denen auch Geld spenden und kriegt dann dafür Aufkleber oder Feuerzeuge, wo dann Flyerservice Hahn draufsteht. Die sagen ja immer noch, das ist ja nicht in ihr Eigentum, die AfD kann das gerne wieder zurückhaben, aber das wollen sie jetzt komischerweise irgendwie auch nicht. So was aber auch. Matthias, kommen wir nun zu der anderen Meldung, die sich auch mit Kackvögeln beschäftigt. Jawohl, wir schauen nach Wiesbaden. Dort wird den Kackvögeln eine letzte Frist gesetzt. Sie sind laut und sie kacken alles voll. In Wiesbaden sind die Stare zurück. Im Kampf gegen den Vogelkot will die Stadt notfalls wieder Böller schießen. Die Schoenfrist für die Tiere läuft bald ab. Die Stare sind zurück in der Wiesbadener Innenstadt und sorgen wieder für Ärger bei Anwohnerinnen und Anwohnern. Fliegen die Stare in der Dämmerung über die zentral gelegene Adolfsallee, verdunkelt sich der Himmel. So groß ist der Schwimmbad. Das Problem ist jedoch ein anderes. Seit ein paar Jahren haben die Stare die Allee mit den schönen Kastanienbäumen zum Sommersitz auserkoren, um in den Baumwümpfeln zu übernachten. Das Problem, der viele Vogelschiss auf parkenden Autos, Straßenlaternen und nicht zuletzt im Spielplatz inmitten der Bäume. Nicht nur, dass der Kot unansehnlich ist und Autolack und andere Oberflächen angreift. Hinzu kommt auch eine nicht minder lästige olfaktorische Komponente. Unangenehmer beißender Geruch. Auch auf dem Spielplatz. Es ist alles voll. Die Rutsche, der Sandkasten, das Klettergerust und der ganze Boden und das stinkt total, berichtet eine Anwohnerin. Die Verzweiflung ist also wieder groß. Man kennt das schon in Wiesbaden. Im Kampf gegen die übel riechenden Kot setzt die Stadt nun unter anderem auf regelmäßige Reinigung. Zwei bis dreimal die Woche werden die Geräte auf dem Spielplatz mit einem harten Wasserstrahl von Kot befreit. Eine Sessifusarbeit. Bei bis zu 3000 kackenden Staren. Und wie in den vergangenen Jahren wurde schon eine akustische Vertreibungsanlage installiert, die Falken- und Habichtschreie imitiert. Bislang jedoch ohne Erfolg. Doch das Grünflächenamt hat noch einen Ass im Ärmel. Wie bereits im Oktober vergangenen Jahres sollen die Vögel notfalls wieder mit Böllerschüssen vertrieben werden. Eine Ausnahmezulassung für den Einsatz eines Feuerwerkers sei schon beantragt, sagt Marco Lange, der Leiter des Grünflächenamts. Die Hoffnung, die Böller vertreiben die Stare möglicherweise in umliegende Innenhöfe. Aber noch sind laut Lange nicht alle Stare zurück und bis 30. September war offiziell noch Brutzeit. Die Stadt will deshalb zunächst die erste Oktoberhälfte abwarten. Sollten die Vögel bis dahin die Baumwüpfel nicht von sich aus verlassen haben, knallt es in Wiesbaden. Oh, ja, das ist ein großes Problem. Bei der Meldung ist ein Bild dabei und man sieht ein vollgeschissenes Auto. Und zwar nicht nur ein bisschen. Ja, wenn man das so sieht, also dass das Auto schwarzen Lack hat, sieht man eigentlich nur noch sehr, sehr schlecht. Das ist eigentlich mehr noch grau. Also das Auto ist wirklich komplett voll. Das sieht wirklich eklig aus. Ja, jetzt ist die Problematik, wenn da jetzt steht, was mich jetzt am meisten erstaunt hat, die hoffen, dass das auf die Höfe dann sich verteilt. Ja, toll, dann hast du in den Höfen den. Ja, kannst du auch keine Wäsche rausstellen. Also die müssen ja eigentlich ganz weg, ja. Aber dann ist natürlich, ja, das Tierschutzargument. Ich meine, du kannst ja nicht alle abknallen. Du kannst ja nur irgendwo hin vertreiben. Du kannst vertreiben, ja. Verteilen kannst du. Es ist echt eine schwierige Situation. Also ich bin ja gerade sehr, sehr froh, dass ich in dieser Gegend nicht wohne. Ja, du kannst ja nicht mal, wo willst denn du parken? Du musst ja dann irgendwie kilometerweit weg parken, wenn die da diese eine Straße da komplett in Beschlag nehmen. Stell dir mal vor, du wohnst da, hast keinen Wäschetrockner und musst die Wäsche aufhängen. Du hast keine andere Möglichkeit, als illegalerweise drinnen zu machen. Mittlerweile gibt es ein Grundsatzurteil, wenn das im Mietvertrag steht, darfst du trotzdem drinnen trocknen. Das ist eine ungültige Klausel an der Stelle. Es gibt ja öfter mal in Mietverträgen, du darfst drinnen keine Wäsche trocknen. Der Schimmel, aber der Schimmel. Ja, das ist so eine andere Sache. Man darf dir aber nicht verbieten, in der Wohnung Wäsche zu trocknen. Ist noch recht aktuell. Aber das löst ja trotzdem nicht das Kackproblem in Wiesbaden. Wir haben ja noch Bildungsradio hier. Jetzt fehlt nur noch, dass du ein Aktenzeichen hierzu hast. Also das ist ja Wahnsinn. Das kann man sich googeln. Aber da gab es vor einer Weile, zwei, drei Monate her, so ein Urteil drüber. Ich habe es nicht gewusst und viele unserer Hörer garantiert auch nicht. Das lernt ja hier noch was. Guck an. Aber das ist ja hier auch ein Nachrichtentalk. Von daher, wir sind eine völlig seriöse und staatsragende Sendung an dieser Stelle. Ja, was macht man da in Wiesbaden? Dann kann man nur hoffen, dass die Bölleraktion da was bringt, wenn die Viecher nicht von selber abhauen in der Menge. Witzig wäre es, wenn sie jetzt noch im Schlusssatz gesetzt hätten. Ansonsten warten wir bis Silvester. Da wird sowieso planmäßig geböllert. Da spart die Stadt sich ja auch die Bölleranschaffung. Und der Feuerwerker, der will ja auch bezahlt werden. Das sind ja alles wieder Steuergelder. Naja, gut. Man könnte natürlich auch irgendwie einen Vertrag mit McDonalds oder sowas machen, dass die dann irgendwie, ja, so Chicken Wings und so, kann man ja auch, ich meine, so ein Starr ist ja auch nicht viel größer. Man könnte das Ganze ja auch mit Fritteusenfett irgendwie. Die, äh, dem Problem ein bisschen näher kommen. Also, Möglichkeiten. Das ist aber schon ein bisschen abwegig. Ja, nun, abwegig. Es ist, es ist gefühlt. Oder man könnte eine Bandprobe von irgendeiner fürchterlichen Band da stattfinden lassen und dann wird durch die schlechte Musik. Ich hab eine andere Idee. Oder man spielt unsere andere Sendung und die musikalischen, wir brechen dort laut ab. Wir führen die dort live auf. Unter Regenschirmen. Ja, das ist doch mal was. Also, schreiben wir mal die Stadt Wiesbaden an. Wir bieten uns da an. Also, wenn ihr demnächst auf hessenschau.de lest, Lösung gefunden für das Starrenproblem, dann waren wir das. Dann waren wir das vielleicht. Ja, kümmern wir uns um das nächste Problem. Dafür schauen wir nach Wetzlar. Und in Wetzlar gab es einen Defekt in der Steuerung der Straßenlaternen. Was dazu geführt hat, dass die Leuchten in Wetzlar nicht automatisch eingeschaltet wurden. Man hat ziemlich schnell das kaputte Bauteil identifizieren können. Aber festgestellt, dass man so schnell übers Wochenende gar keinen Ersatz bekommt. Und dass man, also man merkte Donnerstagabends, am Montag kriegen wir erst das Ersatzteil. Ja, und was hat man gemacht? Man ist rumgegangen und hat die Straßenlaternen von Hand eingeschaltet. Laterne für Laterne. Und dann stand man vor der Aufgabe, was machen wir jetzt? Alle aus oder alle an? Und man entschied sich dann dazu, Straßenlaternen im Dauerbetrieb bis zu diesem Montag, bis das Ersatzteil da war, brennen zu lassen. Ja, und da war über ein komplettes Wochenende in Wetzlar Dauerbeleuchtung, kann man eigentlich sagen. Ja, da hat man die Erleuchtung gehabt in Wetzlar. Steht das jetzt wirklich in deinem Beitrag, wirklich Laterne einzeln? Weil ich habe das nämlich anders gehört im Radio. Im Radio haben sie gesagt, pro Straßenzug gibt es einen Schaltkasten und da wird das dann gemacht. Ja, vielleicht lief es doch darüber, ich hatte irgendwo was von einzeln. Weil das wäre ja doch Quatsch mit jeder Laterne, weil die Laterne haben da ja gar nichts. Ja, wahrscheinlich hängt auch Straßen für Straßen an einem Schalter. Ja, es macht ja irgendwie wenig Sinn wie einzeln. In so einer Laterne ist kein Schalter. In der einzelnen Laterne ist nämlich nur einmal so eine Schmelzsicherung drin und mehr hat das Ding gar nicht in dem Kasten unten drin. Falls jemand schon immer mal wissen wollte, was ist in den Laternen? Ja, nein, wir bringen jetzt keine Kinder auf, dofe Ideen. Ich glaube, das geht auch heute nicht mehr. Wahrscheinlich auch wegen der LED-Technik, ja, möglicherweise. Aber auf jeden Fall ist da nicht viel mehr drin als eine Schmelzsicherung. Ja. Und das war eigentlich alles, was unter diesem luminösen Kasten ist. Das ist nämlich gar kein Schalter drunter. Nee, wahrscheinlich, es macht ja auch mehr Sinn, Straße für Straße zu schalten. Weil was soll man eine einzelne Laterne schalten können, außer die Sicherung ist klar. Wenn da irgendwie einer gegenfährt und da ist ein Kurzschluss klar, da sollte die Sicherung durch sein. Was auch witzig ist, dass die das Teil bereits bestellt, also die Stadt hatte bereits dieses neue Teil, das ist ungefähr so groß wie so ein Bücherschrank, habe ich mir im Radio gehört. Das Teil sollte in drei Wochen planmäßig ersetzt werden und ist dann kaputt gegangen. Und deswegen konnten die jetzt so schnell den Ersatz hercheffen, weil sie mal irgendwo Druck gemacht haben. Aber die wollten das Teil, also das ist jetzt quasi kurz bevor es eh planmäßig ausgetauscht wurde, ist dieser Schaltkasten hinüber gegangen. Das ist auch witzig, dass er die drei Wochen nicht mehr durchgehalten hat. Ja, vielleicht hat der Defekt sich schon, der Defekt hat sich wahrscheinlich schon abgezeichnet. Dann konnten wir da auch sagen, das muss eh gemacht werden. Ich meine, es gab ja im Mittelalter oder im Spätmittelalter gab es ja den Beruf Laternenanzünder. Ja, da ist ja, das ist jetzt nochmal hier Bildungsradio für jüngere Hörer. Da gab es jemanden, der ist mit einer sehr langen Stange durch den Ort gelaufen, hat die Laternen-Glasabdeckung geöffnet und hat mit dieser Stange die Laternen angezündet. Angezündet, Feuer, ja. Genau, später waren das dann Gaslaternen, beziehungsweise wurde das Gas erstmal aufgedreht und dann hat er die mit gezündet. Also, wenn ihr euch das anschauen wollt, könnt ihr den Begriff googeln, Laternenanzünder oder ich weiß nicht, ob es dafür einen anderen Namen gab. Auf jeden Fall ist dieser Mensch mit der mit der Stange durch die ganze Stadt gelaufen. Je nach Größe der Stadt haben das natürlich mehrere Leute gemacht und abends einmal die Lampen eingeschaltet. Ausschalten war dann, glaube ich, einfacher. Da hat einer dann den zentralen Gashahn zugedreht. Ja. Das Problem war erledigt. Und was ich jetzt persönlich als, sage ich mal, Industrieromantiker noch erwähnen möchte, in Berlin gibt es weiterhin auf Deutschland bezogen das größte Gaslaternennetz, das muss man sich mal überlegen, im heutigen Zeitalter, gibt es noch ganze Viertel, die heute noch mit Gaslaternen betrieben werden. Viele andere Städte haben es auch, teilweise findet man sogar Karten online, in welchen Straßenzügen noch Gaslaternen sind, da habe ich mal eine Karte von Frankfurt gefunden. Ist ganz interessant, aber in Berlin ist definitiv noch in Deutschland die Stadt mit am meisten, also natürlich nicht überwiegend aufs Stadtbild bezogen, aber auf Deutschland gesprochen, gibt es noch viele Gaslaternen, heute noch. Sollte man sich anschauen, bevor die weg sind. Ich denke mal, die haben auch, die werden, wenn da mal ein Defekt ist, dann wird da nicht mehr groß rumrepariert. Ich finde das ein Kuriosum in unserer heutigen Zeit, dass es das noch gibt. Und weil, was die auch machen teilweise, was ich persönlich ziemlich frevel finde, dass die die durch LED austauschen, dass es so aussieht, also das ist zwar die gleiche Laternenkorpus, aber da ist eine LED-Leuchte drin, die so ähnliches Licht machen soll, wie ist Gas, aber das merkst du erstmal von außen nicht. Das ist doch schön. Ja, besser wie weg und durch grelles LED-Licht ersetzen. Dann doch lieber irgendwie diese optische Romantik da noch erhalten. Also ich finde es besser wie weg, also besser wie LED-Grell. Also ich hatte mal in Berlin übernachtet und dann, das war bei Airbnb und bin dann mit dem Gastgeber so ein bisschen durchs Viertel gelaufen, weil die hatten auch einen Hund und dann sind wir halt zusammen mit dem Hund. Und dann habe ich ihm erzählt, obwohl er seit über 20 Jahren da wohnt, dass hier noch überall Gaslaternen stehen, war er ganz verwundert. Ich so, ach krass, das habe ich ja nicht gewusst. Tja. Das fand er lustig. Er hat gesagt, das ist ja schön, da habe ich ja für die nächsten Gäste was zu erzählen. Ja, das stimmt. Dann musst du nach Berlin kommen und den Berlinern erzählen, was vor der Tür ist. Ja, wir schauen jetzt nochmal nach Gießen. Ein augenscheinlich verwirrter Mann hat in Gießen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Ganze war Ende August. 34 Jahre alt war er. Der Mann ist mehreren Passanten aufgefallen, weil er in der Marburger Straße herumschrie und um sich schlug. Ein Rettungswagen kam noch vor der ersten Polizeistreife vor Ort an. Die Sanitäter behandelten den Unruhestifter, der offenbar am Kopf etwas verletzt war. Auch im Rettungswagen bekam der Mann, hat sich nicht wieder eingekriegt, der randalierte und schlug um sich. Mit einfacher körperlicher Gewalt sei es den Kollegen dann gelungen, den aggressiven Wiesbadener zu fesseln, berichtete die Polizei. Ja, dann ging das aber noch weiter. Der Mann lag nämlich dann später auf dem Boden, hat um sich geschrien und konnte dann irgendwie ein unverschlossenes Lieferfahrzeug einer Pizzeria kapern. Der Schlüssel steckte offensichtlich, er fuhr dann langsam los mit dem Auto. Zeugen gelang es allerdings, weil er offensichtlich so langsam war, während der Fahrt den Zündschlüssel wieder herauszuziehen und das Pizzamobil so zu stoppen. Daraufhin flüchtete der Dieb dann zu Fuß weiter. Wenig später meldeten Passanten dann, dass er vor einem Lebensmittelmarkt in der Marburger Straße war. Ja, die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Während einer ersten Befragung gab der 34-Jährige laut der Polizei an, dass er eine E-Zigarette geraucht habe. Anschließend sei er losgelaufen und mit dem Kopf gegen eine Wand geprallt. Ja. Ja. Wo ist der Verknüpfungspunkt? Was hat die E-Zigarette mit der Wand zu tun? Oder hat er gedacht, E-Zigaretten enthalten Drogen? Also offensichtlich löst gegen die Wand laufen. Eine reine E-Zigarette? Ja. Ich weiß nicht. Ich werfe mal einen Raum, man kann ihm das nicht glauben, dass es nur eine E-Zigarette war. Das war vielleicht doch eine Krautschzigarette. Das ist ein bisschen doch zu arg gegen die Wand gelaufen, vielleicht auch an der Stelle. Beides vielleicht, ja. Erstmal Drogen und dann Wand. Gegen die Wand gelaufen und dann sowas. Ey, das ist, also nee. In Gießen ist echt immer was los. Also witzig wäre es jetzt noch, wenn er jetzt versucht hätte, während der Fahrt noch das Pizzamobil auszurauben, quasi die Pizza aufisst. Das wäre jetzt nochmal witziger gewesen. Während der Fahrt ernährte sich der Flüchtige von der im Auto befindlichen Pizza. Ich finde es ja auch interessant, dass der offenbar so langsam war, dass ein Passant es geschafft hat, ihm den Schlüssel wieder rauszuziehen. Ja, ja. Das heißt, er muss ja da entweder mit offenen Tür oder offenen Fenstern so langsam, dass du da reingreifen kannst, um den Schlüssel wieder rauszuziehen. Das nenne ich mal couragierte Handlung hier. Also, der muss ja so neben der Kappe gewesen sein. Ja. Es gibt schon Bescheuerte, ja. Ja. Viele Bescheuerte. Soweit unser Nachrichtenüberblick an dieser Stelle. Und zum Ende hören wir End of Life von Prigione Eterna. Ja, das war's wieder mit dem Quatschbrötchen, heute in der 84. Ausgabe. Wir bedanken uns dafür, dass ihr es ausgehalten habt, die letzte Stunde mit uns, ja, uns zu hören so lange. Heute war es ja eine Talk-Sendung fast, aber macht ja nichts. Laber-Podcast. Ihr könnt uns ja, wenn ihr wollt, auch mal eure Meinung dazu schreiben, ob wir hier mehr Musik oder mehr labern sollen. Quatschbrötchen.de, da gibt's einen Podcast der Sendung, Quatschbrötchen 84. Darunter gibt's immer eine Kommentarspalte. Wenn ihr uns irgendwas mitzuteilen habt, dann schreibt das da rein. Ja, was können wir noch sagen? Quatschbrötchen.de ist der Podcast. Findet ihr auch überall da, wo es Podcast gibt. Wir freuen uns da auch immer über Bewertungen, über Spenden in Umschläge, von deren Inhalt man besser nicht spricht. Und wir, ja. Und die gesamte Musik ist freie Musik. Könnt ihr euch da auch runterladen. Genau. Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, wir verabschieden uns nun von euch. Wir sagen an der Stelle, im Podcast geht's noch ein bisschen weiter. Den Podcast lohnt sich sowieso zu abonnieren. Geheim-Podcast, ja. Ich hatte mal, mein erster Podcast hieß Geheim-Podcast. Ja, siehst du mal. Damals, da hat noch jeder, jeder gefragt. Ein Podcast, wissen das? Das ist elf Jahre. Du bist ja überhaupt ein Podcaster der ganz frühen Stunde. Ja, ja. 2009 haben wir den gestartet. Ja, dann macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und plötzlich war Gerede, alles voll Und plötzlich waren drei Themen über, wo wir dann wirklich hier am Jonglieren waren, was machen wir mit denen, nehmen wir die noch mit in die nächste Sendung, was kriegen wir diese Sendung noch rein? Und Harten haben wir jetzt letztendlich die Postilionnachrichten, die hören wir jetzt hier gleich hinten dran und dann ist immer noch ein Thema übergeblieben, das gibt's dann in der nächsten Sendung oder in einer weiteren. Wir waren dieses Mal, ja dieser News Talk, der ist so unkalkulierbar von der Zeit, aber ich finde es ist ein schönes Mittel, um hier noch ein bisschen Spontanität reinzukriegen, weil sonst ist das hier alles immer sehr geskriptet. Also wisst ihr ja selber, wenn wir hier Beiträge zu alles Möglichen machen, das ist ja hier, hier ist ja Spontanität, ist ja, würde ich das jetzt weniger nennen, aber in der Sendung entsteht ja dann auch manchmal noch so ein Gag hier und da. Oder wie siehst du das? Ja, sicherlich, das ist, Spontanität ist ein Teil des Ganzen, ja. So ein Format soll sich ja immer auch mal ein bisschen wandeln, wir wollen ja nicht immer noch so klingen wie damals 2013 und das tun wir glücklicherweise auch nicht mehr. Ich hab mir vor einer Weile mal einen alten Podcast angehört, ach du liebe Zeit, hört euch die nicht an an der Stelle, der Hinweis, wenn ihr irgendwann erst in den letzten Jahren dazugekommen seid, guckt bitte nicht, was war denn so in Folge 1 eigentlich? Nur, Klammer auf, nur für echte Fans. Okay, ich erzähl's. Wir sind ins Studio gegangen, wir hatten da zwei Stunden, damals waren wir ja ausschließlich im Radio noch zu hören, hatten eine Sendung, also hatten zwei Stunden Zeit und hatten irgendwie ein Drittel der Beiträge war gefüllt. Der Rest war noch offen, wo wir dann gesagt haben, da müssen wir dann spontan gucken, ob uns da was einfällt und das haben wir dann auch gefüllt, spontan. Und das hat sich, ja, die ersten Sendungen lief das so, irgendwann kamst du dazu und dann... Nummer 7, weiß ich noch. Du kamst Nummer 7, genau. Ausgabe 7. Vorher war ja noch Sven dabei, der ist ja dann gegangen, das war ja seine letzte und deine erste Sendung in einem. Ähm, und ab Folge 8 warst du dann ausschließlich nur noch hier. Irgendwann gab noch die liebe These dazu. Und das war im Jahre 2014. Ja. Das, 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 das hat schon lustig angefangen, wie wir dann die Sendung gefüllt haben, aber wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, irgendwie wir brauchen Inhalte und haben uns so Sachen ausgedacht. Und irgendwie ab den 20er, 30er Folgen haben wir uns dann mehr auf so die aktuellen Sachen irgendwie, weil da, aktuell passiert ja immer genug. Es wurde einfach, das gesamte Niveau wurde einfach gesteigert, also von daher, das ist... Ja, aber ich finde, dafür haben wir schon sehr, sehr lange durchgehalten und wollen das, glaube ich, auch noch weiterhin. Irgendwann, Folge 500... 2977. Man kann es sich ja ausrechnen, wenn wir jeden Monat eine machen, wann wir dabei sind. Also mit 80 werden wir nicht mehr am Mikrofon hocken. Das sagst du jetzt, ich werde dich mit 80 dran erinnern. Gehe ich nicht mehr dran, wenn du anrufst. Tja. So, Feierabend machen. Drück mal den roten Knopf. Ne, ich drücke jetzt die Postillionen-Nachrichten, die hören wir jetzt noch, denn die haben es ja in die eigentliche Sendung gar nicht mehr reingeschafft. Das sind jetzt die Bonus-Nachrichten für euch. Bonus-Content ist Spaßbildung sozusagen. Ja, 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 ja. Also komm, um jetzt der Sendung einen seriösen Anschein zu geben, wie immer, die Postillionen-Nachrichten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen einen Anschein an Seriösität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillionens. Ehrliche Nachrichten, unabhängig, schnell, seit 1845. Im Studio Gregor Börner. Sicher ist sicher, als erstes Gefängnis in Deutschland hat die JVA Fuhlsbüttel bei Hamburg in dieser Woche die 2G-Regel auch für Häftlinge eingeführt. Wer weder gegen Corona geimpft noch genesen ist, muss das Gelände unverzüglich verlassen. Weil in der JVA viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, müsse gerade in einer Justizvollzugsanstalt besonders strenge Corona-Regeln gelten, erklärte der Anstaltsleiter Helge Baumgart. Deshalb wurde bereits vor einer Woche die 2G-Regel eingeführt. Sie gilt sowohl für Besucher und Wärter als auch für Häftlinge. Besonders letzte Gruppe lege bislang jedoch keine große Disziplin an den Tag. Insgesamt habe man seit der Einführung der 2G-Regel in der JVA Fuhlsbüttel bereits 112 Insassen vor die Tür setzen müssen, die weder einen Impfnachweis noch einen Beleg für eine überstandene Infektion erbringen konnten. Zudem habe man 62 neue Insassen direkt am Gefängnistor abgewiesen. Eine Impfpflicht durch die Hintertür sieht Baumgart in der neuen Maßnahme nicht. Die Hintertür sei gut abgesichert, da käme keiner durch, erklärte der JVA-Leiter. Zwei Monate sind mehr als genug. Supermärkte, Kaufhäuser und Discounter haben heute in ganz Deutschland damit begonnen, Weihnachtsartikel wie Christstollen, Lebkuchen, Schokonikoläuse und Adventskalender aus dem Sortiment zu nehmen oder nur als Restposten zu deklarieren. An ihrem Platz im Regal rücken nun Osterartikel wie Schokoladenhasen, Marzipaneier oder Eierfarben. Seit August waren Weihnachtsartikel im Angebot, erklärte Willi Baldberger vom Deutschen Einzelhandelsverband. Den Platz in den Regalen werde dringend benötigt, denn parallel sollen bis November Böller und Silvesterraketen für den Jahreswechsel verkauft werden. Bis Ende November sollen dann Valentinstagskarten und frische Schnittblumen ergänzend zu den Osterprodukten bereitstehen. Sorge, dass Osterhasen, Schokoladenei und Co. optisch mit den Weihnachtsfeiertagen kollidieren können, hat der Einzelhandelsverband keine. Spätestens Mitte Dezember sei es ohnehin höchste Zeit, den Osterramsch auszumisten und die gesamte Produktpalette auf die für das anstehende Halloweenfest 2022 benötigten Zombiemasken und Spinnennetzdekorationen umzustellen. Dramatische Szenen spielten sich gestern in einem Baumarkt in Wuppertal ab. Ein offenbar übermotivierter Angestellter hat dort völlig überraschend einen Kunden angesprochen und mit dieser Aktion den 57-Jährigen so erschreckt, dass er einen Herzinfarkt erlitt. Nur durch Wiederbelebungsmaßnahmen vor Ort konnte der Mann gerettet werden. Laut Zeugenaussagen betrachtete der Mann gerade konzentriert eine Wand mit unterschiedlichen Schrauben, als sich der Baumarktmitarbeiter langsam von der Seite näherte und schließlich aus nächster Nähe fragte, ob er dem Kunden helfen kann. Daraufhin habe sich der Kunde an die Brust gegriffen, habe nach Atem gerungen und sei zusammengebrochen. Nachdem zunächst ein zufällig anwesender Notarzt Wiederbelebungsmaßnahmen durchführte, wurde der Mann mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Inzwischen befindet er sich auf dem Weg der Besserung. Das ist gerade noch mal gut gegangen. In letzter Sekunde hat ein heldenhafter Mann in der Nähe von Augsburg einen Fisch vor dem Ertrinken gerettet. Der 32-Jährige entdeckte den Fisch bei einem Spaziergang am Lech und zögerte keine Sekunde. Der 32-Jährige schilderte den Vorfall, dass der arme Kerl schon ganz von Wasser bedeckt war und auch schon nicht mal mehr schreien konnte, weil sein Kopf schon unter Wasser war. Der 32-Jährige hat den Fisch ohne zu zögern mit bloßen Händen herausgeholt, berichtete er. Erst dachte er, er müsse Mund-zu-Mund-Beatmung machen, allerdings kam der Fisch sofort wieder zu sich und zappelte wie wild vor Freude. Der Augsburger vermutet, dass der Fisch beim Grasen am steilen Ufer des Lechs ausgerutscht war und deshalb in den Fluss fiel. Der Retter und seine Freundin ließen den Fisch, den sie spontan Fridolin tauften, schließlich in einem nahegelegenen Wald frei. Wahrscheinlich hüpft er jetzt schon wieder mit seiner Familie von Ast zu Ast und freut sich seines Lebens, seufze der Retter mit feuchten Augen. Soweit die Meldungen.